In der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Kunden stellen wir immer wieder die gleichen Herausforderungen fest. Die IT-Abteilungen sind in den alltäglichen Aufgaben überlastet, sodass sie sich nicht mehr auf die Kernprozesse konzentrieren können. Gerade im Bereich des Dokumentenmanagements gibt es traditionell viele Aufgaben, sei es für die Administration, aber auch für den Betrieb des DMS. Hierfür ist teilweise eine tiefergehende Einarbeitung notwendig. Hierbei können wir als DEVELOP Ihnen diese Aufgabe abnehmen und wer könnte dieses besser als der Hersteller selbst? Egal ob sich eine Organisation ganz neu für uns entscheidet oder bereits langjähriger Kunde ist, wir übernehmen gerne die Pflege des Dokumentenmanagementsystems DEVELOP Documents. Das nennen wir Managed Services. Managed Service ist nicht nur Technik, sondern auch Organisation. Wir als DEVELOP stellen Ihnen einen Betriebsmanager oder eine Betriebsmanagerin zur Verfügung, um Ihre organisatorischen Prozesse im Rahmen des Betriebes, des DEVELOP Documents zu unterstützen. Was bedeutet das genau? Das heißt, der Betriebsmanager oder die Betriebsmanagerin organisiert zum Beispiel ein regelmäßiges Betriebsmeeting, indem wir die Aspekte, wie zum Beispiel das Reflektieren vorhandener Aufgaben, aber auch die Ticketbearbeitung, sowie die Performance, sowie mögliche Forecastentscheidungen und das Patchmanagement, das heißt die Weiterentwicklung Ihres DEVELOP Documents, mit Ihnen planen und organisieren. Vor einiger Zeit haben uns unsere Kunden gefragt, ob wir neben dem Einführen des DMS, neben der Projektarbeit, auch den Betrieb, quasi den Managed Service, anbieten können und damit quasi ein rundum sorgloses Paket für unsere Kunden schaffen können. Dieser Herausforderung haben wir uns gerne gestellt und bieten eben diese Dienste dementsprechend an. Wenn Sie Interesse haben, bitte melden Sie sich. Bis zum nächsten Mal.